Wir werden heute dort weitermachen, weil wir aufklärt haben. Ich zeige uns mal kurz mal, wir hatten angegriffen, haben wir oder haben wir nicht? Sollten wir, das sieht abklärt aus? Nein, das sieht nicht so aus. Das heißt hier, Lager der Bodenarmee, haben wir da angegriffen? Hatten wir eigentlich, ne? Das Button, habe ich doch immer vergessen. Lager, muss man kurz mal gucken. Trei, nee, das hatten wir nicht. So, okay, gut, dann werden wir den Angriff hier starten. Gucken wir erstmal, was mit unseren Jungs so los ist. Ich komme kurz mal die Kabine durch. Hoppala, hoppala, verletzte Person. Lass mal gut sein. Full. Das ist auch unser Kollege Luzern. Sehen so aus, da ist jetzt nicht gerade hervorragend. So, das gucken wir uns auch gleich an. Dann gucken wir mal im nächsten Mal an. Der Peter. Und der Pabbel. Hm. Wie sieht es denn aus? Es wird ja auch alle da. Die sind laufen lassen. 18 Uhr hat die Nachschicht hat begonnen. 162 Kilometer geht es weiter mit dem Kampf. So. Dann. Jetzt haben wir ein paar Informationen. Wo ist die Magda? Die hat noch etwas zu verteilen. Magda? Sag mal. Das sieht doch vorhin ganz anders aus. Okay. Kann man sie auch mitnehmen. Wir grüßen dafür noch. Das ist das, was wird aufgehoben und die Gesundheit der Soldaten. 80% übersteigt. Ne, das stimmt ja nicht. Missguck. So. Was haben wir denn für Verbraucher bitte? Gehen wir bitte bei Magda rein. Was könnte ich dir Gutes tun? Magda. 5. 5 Stück. Bitte ja. Den Aura brauchen wir. Rollerpumpt. Was haben wir hier? Unsere Scharfschütze. Gewehrschütze. Okay. Levelaufstieg. Mit den Schaden gegen gefährliche Geistervoraussicht. Wollen wir jetzt mal okay. Charisma. 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 Winnskraft. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir auch noch was. Sunny Tater. Da kann doch kein Sunny sein jetzt. Okay. Sunny. Zeig mal hier. Neutsam. Religiös. Grosmatig. Heimdurcher Kaulich. Wenn ich ehrlich bin, schalte ich dir mal hier den Gewinnschützen frei. Ja. 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 Hallo, könntest du mir bitte Charisma zeigen? Nochmal. Okay, bestätigen wir es mal. Gehen wir nochmal rein. So, Vorsicht mal, weiße Schritte, Fokus, Fokus, weiße Schritte, also, gehen wir erstmal hoch auf Windkraft, Präzision, bestätigen. Okay, und Freund, du bist fertig. Warte da, Elisabeth, Elisabeth, Heimlersteg, hinten ab. Okay. Intelligenz. Aufsichts. Weiser Ind. Für die Highliner. Geheimischer Geist. Okay. End. Schau mal. Mhm. Hammer drin. So, Intelligenz haben wir auch. Ach, total. Das reicht eigentlich durch die zwei Sachen, ne? Wollte ich da gar nicht machen. Warum hab ich da immer noch einer? Jetzt. Ach so Wartung mal. Ähm. Mhm. Mhm. Okay. Was mich jetzt wundert ist, ich habe keine andere Waffe, finde ich. Habe ich anscheinend nicht. Gucken wir später. Hey! Gucken wir und gucken, da oben habe ich noch einen, aber ich habe auch da schon einen Schluck Ruttgar hier, das geht noch, was anderes ist auch ok. Jupp, so, hier haben wir, 20 Moral, Moral war aber hier, ich brauche Energy. Aufputschmittel. Soll ich eigentlich verpassen, ne? Ich verpasse hier ein, sonst war es gut. Gut, der wäre auch fit. Kurzgewehr. Immerhin, ne? Gernadier. Dann hab er als Gernadier. Kannst du den haben. Dann kommen wir mal hier. Landmine. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber, nur zwei. Soll man halt schon. Vier Granaten, zwei Landmine. Passt. Zugemente haben wir auch noch viel gehabt. Oh. Ist ok. Zugewiesen, alles gemacht. Brauchen wir nichts. Dann sieht die Truppe gut aus. Das holen wir später ab. Stimmt, wir sind von da über die Brücke. Und sind hier rüber gefahren. Dann hätten wir hier einen Händler. Hier ein Waldgebiet. Und hier ein Waldgebiet. Und hier das Dörfchen. Gut, los geht's. Dann nehmen wir mal die Truppe aus. Dann tun wir mal so. Bestätigen. 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 Truppe erstellen. Magda. Du kommst mit. Zur Vorsicht mal. Ich brauche noch zu schwitzen. Wie geht's dir so? Geht ein bisschen mehr. Heiler und Gewirrschwitze. Das kommt dann auch mit. Patrick der Gesundheit. Alfred, wie sieht's mit dir aus? Alfred, machen wir das Schütze mit. Dann nehmen wir dich mit auf jeden Fall. Na, vielen Dank Schütze. Da ist ein Zug, ne? Den holen wir mal raus. Ne, da ist er. Da kommt's mit. Ich hab zwei MGs. Peter, was ist mit dir los? Und der Pavel. Das ist eine Moral. Tulpatschisch. Stimmig. Moral. Ne, das nicht. Was ist denn hier los? Das stimmt ja auch. Weiter mit Angriff. Heilen. Da kommt runter. Was ist mit dir los? Im Geschütze. Duzan oder Josef? Josef? Josef hat schon lange nicht mehr mitgenommen. Da hab ich noch einen Gennadier mit. Nur zwei Gennadier. Jetzt brauch ich noch einen Gewirrschützer. Ja. Oh, ich hab hier einen Enginer. Hier tu mal raus. Und das hat mich gut ausgebildet. Ja, mit dem Druck zu weisen. Ich hab noch eins. Schau mal. Fällt mir noch. Einer. Nehmen wir das jetzt runter. Lustig. Kommunistisch. Meist ihr nicht. Fällt mir auch ein bisschen los. Damit geht's auch nicht so gut. 104. 2. 2. Heilerin. Was ist hier los? Gefälliger Geist. Landmine. Lassen wir dich mal ohne Landmine. Das reicht, wenn der Duzan die dabei ist. Ah, einer vielleicht. Du auch eins. So, der hat noch nichts. Schließen. Und da. Ah, na. Und das ist, ich frage, wo kann ich auch noch mitnehmen? Sein. Sehr schön. Du du du. Dann noch ein Gewehrschützer. Discher. Erstmal, dass ich die volle Mannschaft hier dabei habe. Also, 1, 2, 3 Gewehrschützen. 2 Schafschützen. 2 Heiler. 2 Granadier. Hier ist mit einer Landmine. Ein Neuling. Verstetigen. Einsetzen. So. Dann. Was ist? Wahrscheinlich werden wir los. Ein bisschen schneller, bitte. Einige kommen, Pause. Stufe 3. Aber es gibt die Pebelona, Treibstoff, Metall und Stoff. Und die Mission startet mit 10. Zu viel, um sie zu zählen. Während deine Soldaten tief in den Wald vordringen, versuchen sie, ungesehen zu bleiben. Schon bald hört ihr Rufe und Schüsse aus der Ferne. Der Wind trägt den Essensgeruch der Feldküche herbei. Kein Zweifel, ihr habt das Ausbildungslager der Roten entdeckt. Vom nahen Hügel aus schätzt ihr die Lage ein. Das Ausbildungslager der Roten wird von einigen zentralen Positionen ausverteidigt. Ihr seht, dass sie über einen großen Munitionsvorrat verfügen. Vorräte werden per Lastwagen geliefert. Wenn ihr diese Ziele zerstört und den befehlshabenden Offizier ausschaltet, solltet das die Ausbildung neuer Rekruten für eine Weile verhindern. Der Rauch am Horizont deutet allerdings darauf hin, dass dies nicht das einzige Lager entdecken ist. Offenbar haben die Roten Verstärkungen in der Nähe. Jetzt ist eure letzte Chance, um umzukehren. Josef. Ich habe noch einen Schlüpfchen Carre. Anscheinend ist der Großteil der Roten Garnison nicht hier. Wahrscheinlich führen sie wieder nichts Gutes im Schilde. Wir haben Glück, sie haben nur ein paar Wachen zurückgelassen. Ob aus Selbstüberschätzung oder Unfähigkeit, ich weiß es nicht. Eine gute Gelegenheit für uns, ihr Lager zu überfallen. Vorräte, Geld, Waffen. Wir sollten alles nehmen, was wir kriegen können und den Rest zerstören. Suchen sie vor allem nach Dokumenten. In unserer Zwangslage könnten präzise Informationen wertvoller als Gold sein. Aber Vorsicht! Diese Hügel sind perfekt für Maschinengewehrnester geeignet. Wir sollten solche Stellungen besser sichern. Und uns damit beeilen. Keiner weiß, wie lange die Roten noch unterwegs sind. Okay, wir sind jetzt mal in der taktischen Ansicht. Ablegen erregt die Aufmöserkeit der Feindlichen innerhalb der Reichweite. Ein Soldat wirft einen Stein und das Geräusch des Aufschlagens erregt die Aufmerksamkeit der Feinde innerhalb der Reichweite. Ablenken ist eine ideale Fähigkeit, um sich lautlos zu nähern. Du kannst sie nutzen, um feindliche Patrouillen anzulocken oder sie abzulenken, während du deine Einheiten wegbewegst. Um ablenken zu nutzen, werden die Fähigkeit aus unbestätigen, wo der Stein landen soll. Nach Aktivierung eine kurze Abklingzeit, bevor sie erneut verwendet werden kann. So, wir sind hier auf der Karte und schauen wohl, nicht mehr in die richtige Richtung schauen. So, wir schnappen uns mal alle Jungs. Das sieht gut aus. So, Feuer scharf etablieren. Das heißt, ich kenne deine Feinde. Durch, hinmarschieren. Okay. Durch ablenken. Leichtwesigkeit. So, zeig mal ja, was da ist. So, Scharfschütze Nummer 2. Oh, Maju, die Granaden. Ich hätte gerne hier ablenken. 1 bis 6 Granaden hast du dabei. Naja, okay. MG Fritze, wo bist du? Hier. Gut. Ich sehe es mir an. Feindkontakt. Hoppala. Sicht. Der guckt hier rüber. Der guckt darüber. Gibt es noch einen? Ich bin ganz so. Was ist hier los? Wollen wir gleich sehen. Das kann ich machen. Ja, du machst bitte. Mal sehen, was da ist. Da ist noch einer. Der läuft aber. Da steht. Das heißt, von hier könnte ich so rüber. Lass mal kurz mal gucken. Hier gibt es nichts besonderes. Hier auch nicht. Das sieht zwar hier, aber durch den Zorn sieht man nicht, was hier los ist. Und wie sieht es bei dir aus? Ahja, okay. Das sieht hier. Das sieht hier. Das ist. Wir können hier rüber. Oder hier rüber. Gut. Suche Deckung. Nein. Auf dein Kommando. Geht mal alle darüber. Schön macht ihr das. Wechsle die Position. Geht mal hier rüber. Schwere Waffe. Oh. Hier. Okay Jungs. Einmal einen Schritt zurück bitte. Gehe Entdeckung. Ich bin ganz ohr. Mal sehen, was da ist. Feind gesichtet. Wo ist denn die schwere Waffe? Hier vielleicht. So bereit wie es nur geht. Oh, du siehst, kannst du so weit sehen. Nee, ne? Bis zum roten. Mal schwere Waffe. Da ist er. Drecksack. Guck dir den mal an. Hacktada. Minder. How we say. Ich sehe es mir an. Mach mal. So, das heißt. Was für eine Reichweite hatten der. Seht mal das. Reichweite nicht zu sehen. Das heißt, egal was ist. Ich könnte hier rüber. Hier hoch. Der guckt dahin. Was ist denn das eigentlich? Irgendein Ofen. Gehen. Okay. Oh, da. Gehen auch so rum. Ah ja, hier ist die Sichtweite. Wenn Alarm geschlagen wird. Das ist aber ein, 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 ein. Mein lieber Schwan. Der erblickt dieses ganze Arsenal hier. Nee. Also wir sollten uns erst um das Ding kümmern, oder? Ja. Ich bin ganz hoher. Also. Schleich mal los, bitte. Auf deinen Befehl. Ich bin ganz hoher. So bereit wie es nur geht. Ähm. Was gibt es denn hier noch? Im Wald Verstecker. Es geht hier lang. Dann hier hoch. Okay. Okay. Da. Erstmal schwer geschützt. Kümmern. Neue Befehle. Seid ihr alle im Stillmodus? Ja. Jawohl. Verstanden. Auf deinen Befehl. Nein. In Bewegung. Sicher doch. Ah ja. Guck mal hier. Fucking bullshit. Wechsel die Position. Das war schön. Was kann ich verstanden? Was ist? Geht klar. Neue Befehle. Auf deinen Befehl. Verstanden. Oops. Entschuldigung. Jawohl. Ey schau mal was da ist. feind gesichtet ein guter steuer ich bin könnte jetzt noch vorbei aber das ist auch ein problem bereit verstanden das kann ich tun Gehe in Stellung. Ja? Hm. Что? Jawohl. In Bewegung. Ach, zur Hölle damit! Jawohl. Sag mal, wie kannst du den hin am Baum sehen jetzt? Das ist ja ein Mist, Herr. Nee. Hast du ihn jetzt schon gebrochen? Okay, pass mal auf. Nein! Was soll das? Was machst du? Was ist denn da hin? Du bist ja schärf. Das ist ja ein Ding, ey. Abmarsch. Abmarsch. Nee, oder? Ach, das Dunkellaufen. Jungs, raus da. Ach. Was ist denn da noch lebt? Komm mal hier runter. Wie wär's mit... Suche Deckung. Kriegt er denn jetzt? Bereit! Jawohl! Mein Gott, Walter. Das geht ja noch. Warte, ist das ja ein Mist. Bereit. Rauchst du überhaupt deine Aura an? Ja, hast du. Ja. Okay, noch mal hoch. Geht klar. Ich hab echt Glück gehabt, dass sie keinen Arachen geschlagen haben. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass er denn wirklich ihn am Baum gesehen hat. Naja. Ich hab gedacht, in der großen Begrüßung sieht man die nicht. Schwere Waffe. Ja, ja, ich weiß. Es sind ja noch die zwei. Da gucken wir erstmal rein. Gibt es Befehle? Ach, die scheibe ich gleich. Lass mal nochmal hier reinkommen. Ich seh mich da drum. Und du, Maximilian. Guck dir mal bitte. Vielleicht noch die drei rein. Ja, bitte. Und zack. Ha! Ich seh's. Okay. So, probieren wir es nochmal. So, Magda. Heil dir mal bitte. Was ist denn? Die Elisabeth hat auch was abgekriegt. So. Weißt du was eigentlich? Ich bin bereit. Hm, es sind wirklich nicht wenig Leute. So, dann machen wir mal eins. Du. Ihr könnt euch hier hinstellen. Aber ich bin erstmal hier lieber. Gehe in Position. Ja, geh mal da hin. Dann probier mal was aus. Was kann ich nicht du hast, ist das, was ich probieren will. Hier bin ich. Befehle? Befehle? Ja. Gut. Wir dürfen nur keine Alarm mehr schlagen. Die zwei kriege ich aber nicht her, ne? Da brauche ich nochmal eine Mg-Net-Ufstelle. Erst wenn der frei ist. Weil, bis das abgebaut hat, kriege ich eventuell das Zeugste ab. Das wollen wir aber nicht. Aber ihr könnt euch alle mal hier in Verteidigung setzen. Wie sieht's aus? Das ist auch noch ein Platz. Da bitte. Genau, geh mal da hin. Ja. Du, 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 du. Gibt es Befehle? Verstanden? Du musst sie anlocken dann. Wie ist die Aufstellung? Kurzgewehr. Befehle? Bist du oder weg? Ich bin bereit. Das ist... Was hat die denn Schönes? Die hat auch ein Gewehr. Hier bin ich. Gehe in Deckung. Nicht dort. Erwarte Befehle. Gehe in Position. Sehr schön. Auf dein Kommando. Da ist auch einer mit Pistole. Bereit. Du kommst... Gehe in Position. Da hin. Ja. Schauschützer. Ich bin ganz... In Bewegung. Ja? Ja, ich höre. Suche Deckung. Was gibt es? Du schnudig im Geh, ne? Ich gehe. Befehle? So, ihr könnt jetzt über Entdeckung gehen. Hier bin ich. Hier durch auch ein Kutz. Gehe in Deckung. Auf dein Kommando. Das Umfeld ist noch heilig. Gehe in Deckung. Genau. Ja? Und du kleiner Verletzte. Wechsle die Position. Gehe es auch nochmal dahin. Gibt es Befehle? So. Jetzt habe ich den MG-Fritzen. Tillim, Tillim, Tillim. Kannst du mal was schnell schauen, im Augenblick. Alles gut hier. Voll toll, du Gäste. So, dann. Abmarsch zur Aktion. Bereit. Du bist jetzt einer, der schleicht erst mal. Bin unterwegs. Komm schon. Verstanden. Jawohl. Achtung, schwere Waffe. Ich bin ganz ohr. In Bewegung. Verstanden. Feindkontakt. Gehe in Stellung. Ich lenke ihn ab. Bin unterwegs. Feind gesichtet. Jawohl. Verstanden. Ja? Jawohl. Wird eingesetzt. Gibt es Befehle? Was kann ich tun? In Bewegung. Bereit. Schießt du bitte? Das gibt es doch nicht. Warum sind die jetzt nicht geschossen? Hast du keine Munition oder was? Hast du noch genug da? Ja. Recht so. Habt ihr was gekriegt? Du wieder. Oh Mann. So, wir haben auf deinen Befehl. Okay. Haben wir ein paar nochmal hergelobt. Neue Befehle. Eine kluge Entscheidung. Ja. Du bleibst wieder hier. Ich bin ganz so. Gehe in Stellung. Jawohl. Ich bin bereit. Gehe in Deckung. Bereit. Verstanden. Gehe in Stellung. Ja, ist ja gut. Das wissen wir ja. Sei es von den anderen gekommen. Seid ihr immer noch zu zweit? Okay. Hm. In Bewegung. Schau dir das mal an, ja? Bin unterwegs. Ja? Jawohl. Ja, ich höre. Sicher doch. So, aber verstanden. Was kann ich tun? Ja, ich verstanden. Ja. Verstanden. So war er in Bewegung. Neue Befehle. Sehe ich euch. Es sind zwei. Bitte eine hier hin. Ich bin ganz ohr. Du mein Freund. Er ist so gut wie tot. So, dann gucken wir mal, was passiert. Gehen wir mal raus. Action. Leute, was macht ihr? Ich glaube, das waren alle. Es gab ein bisschen Deckung. Sag mal. Ihr hättet auch die schießen sollen. Jetzt kann ich das Ding einnehmen oder ist das kaputt? Wenn das ist, ich bin aber da. Bereit. In Bewegung. Auf dein Kommando. In Bewegung. So, also das Gerät werden wir mal ausgeschaltet. Ich warte. Verstanden. Das war schon wichtig. Jetzt gucken wir uns mal das mal an hier. Wir haben hier zwar Zäune, aber Deckung ist nicht gerade toll. Hier hätten wir eine gute Deckung. Hier könnte ich mal den Gehfritz aufschalten. Und das wird jetzt auch gemacht. Angela. Guck mal her. Ich gehe. Wir gucken aber erst mal das mal rein. Und spielen mal in den Raum rein. Viel ist da aber nicht mehr. Aber, mit Täuschung. Zeig mal her. Okay, das sieht ja interessant aus. Wisst ihr was? Geht mal in den Schleich. Ich bin ganz hoher. Ich bin ganz hoher. Ohne. Surat der Komm. Gehen wir mal hierher. Sicher doch. Wir können das Ding hier besetzen. Mit einem Gennadier. Wir haben aber beide gut ausgebildet. Wenn. Ach, den kann ich nicht da lassen. Den Alfred. Was kann ich tun? Den ablenken. Mal gucken, was wir hier finden. Dann tun wir mal. Die Säcke sind geil. Gehen wir alle da hin. Und. Nehmen wir mal die Magda. Ne, das ist keine gute Idee. Magda. Gehen wir da rüber. Dich nehme ich auch nicht mit. Der Dusan. Das ist ein harter Hund. Mal rechnen. Ja. Den Diebmann. Jawohl. Was hast du so schönes? Leichtfüßigkeit passt. Was haben wir denn hier? Was brauche ich da? Gibt es Befehle? Wandmine. Ich bin ganz hoher. Rein, verstanden. Weiter rein ins Lager. Gehe in Deckung. In Bewegung. Verstanden. 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 Ja, wir haben jetzt hier unten. Ist das was, wo wir kaputt machen müssen? Bin unterwegs. Schieß mal das Ding ab. Suche Deckung. Ne. Geht nicht. Ja. Gehe in Position. So Jungs, dann kommen alle her. Ja. In Bewegung. Rein mit euch. Gehe in Position. Was heißt das Ausrufezeichen? Auf dein Kopf ja wohl. Alle rein. Verstanden. Kann ich nix machen. Ja. Na, wie auch immer. Weiter. Ich warte. Suche Deckung. Was damit machen konnte, wäre ich jetzt nicht. So, wir haben also hier oben dicht gemacht. Ich könnte... Was eigentlich clever wäre. Könnte ich... Aber müsste ich zwei Leute herstellen. Ich kann aber nicht. Ich kann aber nicht. Gehe in Deckung. Das ist kaputt. Anscheinend haben wir es kaputt gemacht. Bereit in Bewegung. Die Zügen kriegen wir hier auch nicht. Ja, ich höre. So, Abmarsch. Weiter. Ich gehe da. Verstanden. Jawohl. So, dann drehen wir mal in die Calle. Die ist jetzt auch nicht gerade klein. Halt. Wen haben wir denn da gesehen? Okay, ich gehe. Oh. Doch, wenn sie rumgehen, ha? Ja, ich höre. Ich schaue mal, was da ist. Feindkontakt. Mg. Okay. Die haben aber auch eins, ne? Oder? Ne. Also, dann wäre es doch clever. Haben die ein Alarmzeugs? Weiß ich nicht. Gut. Da müssen wir mal gucken, was man da machen kann. Ich bin ganz ur Waffe im Anschlag. Okay, mach. Nix. Auf deinen Befehl. Greife an. Verstanden. Auf Jungs. Auf deinen Befehl. Bisschen schneller. Jawohl. Sicher doch. In Bewegung. Vorwärts. So, Halt. Gehen wir alle hier hin. Geh in Position. Hier bin ich. Geh in Deckung. Ja. Hm. Was kann ich tun? In Bewegung. Bereits. Bin unterwegs. Ja. Ja. Geh in Stellung. Ja. Neue. Verstanden. Geh in Deckung. Feind gesichtet. Was ist denn da oben? Ach du meine Güte. Okay. So. Nirgendwo habt ihr die gesichtet. So bereit wie es nur geht. Zeig mal ja. Ich seh es mir an. Feind gesichtet. Hier ist einer. Wann hat der wieder eine Reichweite? Dem gehe sie da nicht. Okay. Dana. Was kann ich tun? Kannst du mir... Hm. Kannst mal hier zeigen, ob es was okay ist. Okay. Zu Buffet. Mal sehen, was da ist. Da guckt so. Der patrouilliert. Gibt es hier eine Glocke irgendwo? Hier ist wieder was. Was ist das? Die, 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 die. Vielleicht ist das so eine Telefonzentral. Alarm. Glocke. Okay. Was haben wir da oben? Einen Turm. Okay. Gut. Feind gesichtet. Boah. Ich bin unterwegs. Jawohl. Gehe in Deckung. Ja? Wechsle die Position. Einsatz bereit. Verstanden. Ich bin ganz ohr. Ich schau mal, was da ist. Ja. 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 Warte mal, da war doch noch einer. Ja? In seine Richtung will ich auch ganz weit jetzt sehen. Feindkontakt. Der guckt hier rüber. Also den haben wir. Der blickt darüber. Das heißt, ich kann hier mich nicht verstecken. Der hier guckt in die Richtung. Der einmal patrouilliert hier. Das heißt aber, muss man kurz mal näher gehen. Wenn ich hier mich hinstelle. Hier habe ich bessere Deckung. Da muss ich mir das mal von der anderen Seite anschauen. Die Deckung hier ist super. Aber ob die mich entdecken, ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich warte. Okay, ich gehe. Erwartet, aber verstanden. Ja, geh in Position. Feind gesichtet. Ja? Suche Deckung. So bereit, wie es nur geht. Gehe in Position. Gibt es Befehle? Gehe in Position. Ich bin bereit. Fixle die Position. Ich warte. Suche Deckung. Dein Befehl? Ich ziehe den Kopf ein. Schöne mich noch einmal. Hauptsache eigentlich. Bis auf den M.G. Was gibt es? Wenn du das sagst. Mach mal. Feind gesichtet. Wird eingesetzt. Ich höre. Gehe los. Kommt da keiner gerannt. Kann ich jetzt. Kommt mal kurz mal taktische Ansicht. Es kam keiner grant. Jetzt der da oben hat ein Fragezeichen. Das ist aber schon ein bisschen schwieriger. Lager. Naja. Als nächstes, wenn wir das überstehen, mal gucken, wie krank uns an Alfred wird. Okay, komm, lassen wir es mal laufen. Komm mal näher ran. Sehr schön. Getoolt. Alfred? Ja? Wo sitzt du? Gehe in Position. Mal sehen, was da ist. Da ist noch einer nämlich. Es sind sogar zwei, okay. neue befehle anderer schütze ich schaue mal was da ist schwere waffe in deckung doch noch einer aber auch in der waffe aber alfred schleich modus auf deinem befehl suche hat der kopf auf deinem befehl kommt dann noch mal natürlich aber im auge behalten ja mal kurz mal jawohl den sicher aber den sich uns mal sehen was da ist da was kommt muss ich das schon sehen wir wechseln wieder rüber gesichtet gehen position die position ach du isa das war schon mal gut gesehen gut alfred sehr gut ist jetzt ruhig gesagt verstanden verstanden ja schön sacht gesichtet so bereit wie es nur geht wo gucken der hinter der läuft gerade in die richtung schaffen zum wachser schnell ja ich höre er wird nicht wissen wie ihm geschieht auf deinem befehl auf rüber mit dir sony ist das wollen wir auf jeden fall noch drei stück kann ich nämlich möchte ihn heilen noch mal dankeschön also dieser typ dahinten sehe ich mir jetzt als nächstes und gucken was ist da los so hat der korn hier auch da ist ja noch eine brise brise verstanden und da ist eine patrouille wir uns auch noch wechsle die position doch immer den stoff verstehen etwas damit gemeintes position kann man drauf schießen dann explodiert also da naja ich glaube das ist dann da bleiben wir weg davon falls doch alles schief läuft verstanden studierte brühe wechsle die position geh an deckung wenn du meinst gut selber schuld auf deinen befehl kontakt also stand weiter in bewegung so wo könnte ich jetzt den nächsten kreis nach innen und ich immer noch behalte wäre es aber recht wenn ich die hierher look wenn ich heiß bin gut neue befehlende entdeckung sicher doch aber vielleicht kriege ich einen Schritt könnt ihr das mal weg machen danke das kann schon nicht wenig hey soll ich denn einmal anschießen oder abhauen lassen wir kurz mal gucken wie weit da ist eine alarm direkt dran ok an was das auch auch hier ist es ist hier angriff blödsinn kein angriff ja wohl wenn ich das nehmen ok noch näher ran da ich noch ein visier habe macht er dann blitzen oder was ok ich kümmere mich darum hoffentlich freund kontakt angriff feind gesichtet in bewegung in position ich schaue mal was da ist der ist schwer zu kriegen wie ist deine reichnung ist ich hier aus herum irgendwie das wäre cool ok 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 waffentechnisch medizinstation kohler ok jungs da müssen wir die stellung noch nicht verlassen neue befehl auf den befehl ich bin ganz so zu befehl mal sehen was da ist die könnten wir noch in die rücke fallen der guckt in meine richtung der guckt woanders hin ok alfred ja ich höre du bist da komm auf deinen befehl weg wechsel die position um so ja so ja Ich bin ganz ohr. Ich kümmere mich darum. Suche Deko. Gehe in Position. Verstanden. In Bewegung. Warum haben wir schon was abgekriegt? Na, ist halt so. Eine kluge Entscheidung. Ich sehe niemanden mehr. Monster. Hattest du verlasse. Mein Kollege hat auch schon wieder was abgekriegt. Super. Ich schaue mal, was da ist. Ah, wir müssen gleich viel nehmen. So, bereit gehe in Deckung. Schauen wir uns hin wieder. Eine kluge Entscheidung. Sicher doch. Bisschen was abgekriegt, Herr. Verstanden. Hold. 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 Jawohl. In Bewegung. In Bewegung. Da kenne ich. Ah ja, ist sehr schön. Okay. Verstanden. Ich gehe auf jeden Fall. Jawohl. Hinter uns was. Können wir da hoch haben. DMG kann man jetzt lassen. Wenn ich jetzt hier DMG besitze. Wir sehen das aus. Oh, das sieht gut aus. Ich kann auch hier aufbauen. DMG hier rüber. von mir. Ich kann da rein. Ach Gott, ich kann da rein. Was passiert dann? Ich bin ganz ohr. Jawohl. Komm mal rein. Schwere ist Maschine. Aber ja. Okay. Könntest du den benutzen? Ja. Was ist, wenn das Auto in die Luft fliegt? Okay, okay, okay. Interessant. Nicht, also bin ich im Vorfahr. Da ist auch noch eins. Interessant. Okay. Du, du, du. Ha, wie heinerisch. Hier auf deinen Befehl. Komm mal her. In Bewegung. Gehe los. Das ist deine Reichweite. Verstanden. Das ist deine. Und jetzt möchte ich das Ding demontieren, weil ich bin. Gut, denn das waren wir nicht mal da. Das heißt. Der hat doch ein MK-Geschütz. Okay, lasst mal aussteigen. Ich bin sicher doch. Oh, Schaufschütze muss das nicht fahren. Die Jungs müssen sich mal beigelassen. Okay, holen wir mal das andere Team her. Ich bin unterwegs. Wo machst du denn? Das ist jetzt kaputt aus. Und das sieht gut aus dann so. Okay. Ähm. Einsatz bereit. Suche Deckung. Auf dein Kommando. Gehe in Deckung. Ja. Gehe in Position. Gibt es Befehle? Ein bisschen Deckung. Befehle? Gehe in Deckung. Gehe in Deckung. Was gibt es? Ja, ich höre auf deinen Befehl. Ja? Suche Deckung. Gehe in Position. Hier ist es, Gordas. Was gibt es? Ich gehe. Auf dein Kommando. Wechsle die Position. Ich bin bereit. Okay, ich gehe. Wechsle die Position. Du müsstest mir ihn heilen. Im Perfektionist. Stufe 3. Ja, der zollt. Machst du das, aber... Du stehst das durch. Er rennt dann hoch. So, was habe ich denn da alles für Leute? Der Lastwagen. Wo ist denn der zweite Granadier? Da in der Hauptstadt. Kann ich dir auch hin? Ich habe gesehen, dass er einen Geschützform hat. Oder ist das einfach nur Angriff? Was ist denn mit dem Fahrzeug? Halt, so war nicht gedacht. So war nicht gedacht. Na, das ist okay. Bleib so. Ähm. Ich will es halt nicht, ob ihr den Schuh zum Lastwagen habt oder so nicht. Na Jungs. Was hat das? Angreifen. Bewegen. Stoppen. Dann. Hm. Ich will ich mal eine Granadier lieber bei mir haben, wenn ich echt bin. Aussteigen. Ja, verstanden. Da ist ja kein Geschütz zu haben drin. Du hübscher Granadier. Suche Deckung. Kommt da hin, wenn er zu nah kommt. Befehle? Gehe in Deckung. Kriegst du noch mit rein? Ja. Ja. Ein bisschen Deckung. Was ist da besser? Gehe in Deckung. Ich warte. War noch mit drin oder nicht? Nicht so ganz. Suche Deckung. Eigentlich schon. Wechsle die Position. Ja, passt. Befehle? Mhm, 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 mhm. Gehe in Position. Ja? Nee, du bleibst dort. Suche Deckung. Ist ja schön. So, und ganzes Spiel nochmal. Da geht's dir. Neue Fehler? Ja, du geht mal nach Sicht. Haben wir noch. Das ist die rechte Seite. Mal sehen, was da ist. Da ist nichts. Kannst du nochmal, bitte? In Ordnung. Da ist, da ist Ruhe da. Und dann ist dort der Tunnel. Wir kommen schon dahin. Mal sehen, was da ist. Feind gesichtet. Dahinter am Telefonzähler ist der Feind. Ich entscheide mich rechts rum. Am liebsten wäre ich zwar hier rum gegangen. Aber wir entscheiden uns rechts rum. Das kann ich machen. Noch mal raus. Ich seh mich dort rum. Mach's das mal schön hell hier. Ja. Ich bin ganz. Oh, similieren. Auf geht's. In Bewegung. Verstanden. Sicher doch. Da oben ist wieder was. Auf deinen Befehl. Moment. Schwere Waffe in Deckung. Schon wieder so eine Dreckswaffe. Was ist das? Suche Deckung. Raus doch. Das ist das andere. Das machen wir später. Neue Befehl. Sicher doch. Da ist der Gedanke. Beste Gedanke. Jawohl. Geh in Deckung. Wechsel die Position. Geh in Position. Verstanden. Hat sich das jetzt geöffnet oder was? Na ja. Es ist offen und frei. Rad. Gut, babe. Hier ist ein Panzer. Kann ich da rein? Geh in Deckung. Unkelpanzer oder was? Aber wer? Du bist doch. Feind gesichtet. Wo hast du denn gesichtet mein Guder? Ich sehe den nicht. verstanden dem turm oder was in bewegung sicher doch jetzt habe ich ihn gesehen kontakt und noch alles klar aber so was marsch er war ist feind gesichtet sicher doch was macht mir auch dass ich ins panzer ein scharfsitzer verstanden verstanden wechsel die position in bewegung in 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 deckung in 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 So bereit, wie es nur geht. Gehe in Deckung. Wechsel die Position. Suche Deckung. Ich bin ganz uhr. Jawohl. Und dann komme ich gar nicht dran. Da ist schon wieder das Uhr. Mal sehen, was da ist. So ist es wieder. Weißtechnisch. Ich bin ganz uhr. Okay. Wechsle die Position. Suche Deckung. In Bewegung. Jawohl. Gehe in Position. So bereit, wie es nur geht. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Auf deinen Befehl. Hier hört sich nichts. Ich bin ganz uhr. Gehe in Position. Gehe in Deckung. Auf deinen Befehl. Feind gesichtet. Es dauert zu lange. Auf deinen Befehl. Suche Deckung. Sicher doch. Schwere Waffe in Deckung. Jawohl. Gehe. Gehe in Position. Gehe. In Bewegung. Verstanden. Gehe in Deckung. Sicher doch. Auf deinen Befehl. Wechsle die Position. Entschuldigung. Wie laufst du denn? Du hast eine große Kurve gemacht, du Oberschützengeneral. Geh entdeckung. Ja, brühe. Sammel, sammel, sammel. Oh. Gehe in Position. Unmöglich. Okay, weiter geht's. Gehe in Deckung. Suche Deckung. Wechsle die Position. Nein! Gehe in Position. Auf deinen Befehl. Gehe in Deckung. Verstanden. Feind gesichtet. Wieso das? Das ist ein anderer. Und es gibt auch eine Heilstation. Das wäre schön, wenn die schon ein anderer dran kommen, nicht? Ähm. Wo sollen wir die mal rein? Suche Deckung. Der Schütze, der ist irgendwo. Hm. Das ist... Zwar schön gut, was ich da gemacht habe. Egal. Es ist sogar ja unauffällig. Guck. Gehe in Position. In die Position hier. Von hier könnte ich eine Granate schmeißen. Weiße. Wechsle die Position. Gehen wir rein. Da müsst ihr jetzt bald kommen hier. Treibstoff. Oh. 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 Da oben. Turm ist besitzt. Gehe. Oh. Oh. Den. Ja. Dann komm her. Wechsle die Position. Halt. Da kommt jemand. Du verschwindest sofort hier rüber. Komm, 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 komm. Gehe in Position. Und zwar selber eine Granate schmeißen, aber... Oh. Oh. Das könnte jetzt möglich werden. Oh. Wo ist er? Der war doch eben hier. Ja. 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 Zu Befehl. Ich seh mich dort um. Shit. Ei, 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 ei. Ja, ich höre. Werfe Granate! Wechsle die Position. In Bewegung. Feind gesichtet. Oh. Geht's euch gut da unten? Jawohl. Bereit. Ein bisschen Deckung. Kannst du gleich haben. Ich weiß nicht, woher der kommt halt. Neue Befehle. Auf dein Befehl. Ja. Mal sehen, was da ist. Wo ist denn der hin? War ich ein bisschen zu schnell? Ha. Okay. Ja, ich höre. Schade, eine Granate verschenkt. Verschenkt, ey. Gehe an Deckung. Was heißt das? Nebenziel gescheitert? Okay, gucke ich mir gleich mal an, was damit gemeint ist. Mal hier. Leute, ist doch gar nichts noch fertig, ey. So bereit wie es nur geht. Zeitmäßig, ja. Hüglein nehmen. Suche Deckung. Ist da irgendwo eine Zeit abgelaufen und ich hab's nicht gesehen? Ne. Na, das mach ich jetzt nicht. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Auf deinem Befehl. Falsch gesichtet. Okay. Okay. Suche Deckung. Sicher doch. So, aber das reicht jetzt genug rum experimentiert. Hallo. Ei, 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 ei. Was ist das Problem? Ja. Bin ich nicht in Reichweite. Gehe in Deckung. Neue Befehle. Gehe in Position. Eine kluge Entscheidung. Sicher doch. Gehe in Deckung. Gehe in Position. Feindkontakt. Wechsle die Position. In Bewegung. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Feind gesichtet. Die. Suche Deckung. Ja, dass ich in Ausgleiche. Unmöglich. Auf deinem Befehl. Gehe in Deckung. Ja. Alfred. In Ordnung. Zeig mal, was hier los ist. Mal sehen, was da ist. machst du es auch oder ist es zu weit weg alfred danke also sich von einem platz bewegt oh ja okay das mal mit dem unser typ hin so bereit wie es nur geht suche deckung gehen position so gut wie erledigt unbedingt vorne rum sicher doch das kannst du dann wie vorhin darum eine kluge entscheidung verstanden suche deckung gehen position suche deckung in deckung guckstuch sowieso auf die andere seite das kann ich machen mal sehen was da ist so bereit wie es nur geht eine kluge entscheidung ja bröle wechsel die position Sucher Deckung. Sucher Deckung. Wechsle die Position. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Sag mal, Dummkopf. Oder auch nicht. Mein Gott, Walter, jetzt habe ich die Zeit verloren. Wechsle die Position. Wie ist das? Neue Befehle. Gehe in Position. Wechsel die Position. Feindkontakt. Schön sachter. Gehe in Deckung. Suche Deckung. Auf deinen Befehl. Schluck dir das Zeugs. Das muss weg. Wechsel die Position. Verstanden. Jawohl. Ist da noch überhaupt einer drin? Da ist auch eine Wache drin. Die guckt auch in die Richtung. Gehe in Position. Ach, das kann man natürlich jetzt. Jawohl. Auf deinen Befehl. Ist da noch irgendwas? Verstanden. Nein, ich glaube eher nicht. Unmöglich. In Bewegung. Auf deinen Befehl. Kleine Pause. Kleine Pause. Das darf nicht wahr sein. Hallo Loki. Diese Berichte beinhalten nichts Geringeres als Völkermord. Wenn ich den da oben noch wegkriege. Ich meine, die können ja alle kummel da. Richtung. Die kommen von da oben. Ich habe ja jetzt kein MG oder irgendwas gesehen. Treibstoff. Munitionslager. Da war der Überschaffschütze, der noch unterwegs ist. Mit der Aktion. Kann die Magda damit was empfangen? Ich bin ganz rohr. Der letzte. Ah jo. Der ist geheilt halt. Okay, das heißt. Da unten kommen die dann. Haben wir da irgendwas? Kaputte Fahrzeuge. Oder was heißt solche Stationen? Wenn man die erobert. Ja. Letztendlich. Suche Deckung. Ja. Schön, aber schön. Geh jetzt mal durch. Was kann ich tun? Schaff bitte zurück. Wobei. Ja. Verstanden. Schaffst du das? Darüber. Schnapp. Geh in Deckung. Es dauert ja bis sie da sind. Bin unterwegs. Ich glaube es ist das Video. Jawohl. Mist. Ich seh mich dort um. Suche Deckung. Geh in Deckung. Suche Deckung. In Ordnung. Gibt es Befehl? Gehe in Position. Jawohl. Ja. Auf deinen Befehl. Ja. Sicher doch. So. Die sind da unten. Was ist das? Dann laufen die in diese Richtung. Alarm schlagen. Und die dann Alarm schlagen. Die sollen ruhig hier runterkommen. So. Uiuiui. Ist von mir grad was zu trinken. Bis gleich. Uah. Ich glaube das sollte ich auch mal speichern. So. Da bin ich wieder ein heißer Tee. Gemacht. Und. Gehen wir mal zurück hier. Ja. Ich höre. Ich könnte ein paar Leute heilen. Bis die. Ich bin ganz hohr. Aber ich habe immer noch diesen Tappische Turm. Auf deinen Befehl. Und. Das ist wohl die Truppe die sich bewegt. Lass mal kurz mal gucken ob das stimmt. Gib mal alle hier hin. Eine kluge Entscheidung. Ähm. Machen wir Pause. Das kann ich tun. Du kannst auch was tun. Ähm. Ich seh mich dort um. Wie weit. Ähm. Ähm. Ich seh mich dort um. Ich seh mich dort um. Ich seh mich dort um. Hm. Und da wäre mein. Abholpunkt. Hm. Soll ich die Position verlassen? Ja. Ja. So gut wie erledigt. Du bleibst da. Moment. Du bist schon nervös. Ich frag mich schon, ob man die auch in der Rücke... Wo? Irgendwo ein... Ach Gott, da komme sie. Ja, dann ist das ja gar nicht so verkehrt eigentlich, wenn sie runterkommen. Mal gucken, wie sie sich aufhalten. Die gehen jetzt da rüber. Kannst du auch mal zeigen, was die da treiben? Da kommt was auf uns zu. Weißt du was? Ja, auf deinen Befehl. Ich hab überhaupt kein Luscht, dass ich jemanden verliere. Bin unterwegs. Na ja. Ich bin sicher, doch. Na ja, Schafschütze. Aber die sollen ja hier rüber, ne? Gehe in Position. Ja, gehe in Position. Ein bisschen Deckung. Wir hätten noch die Ecke da hinten. Ja. Ich ziehe den Kopf ein. Hierher bitte. Alle zusammen. Bereits. Gehe in Position. Neue Befehle. Eine kluge Entscheidung. So. Gehe in Position. Gibt es Befehle? Das passt. Der Turm wäre nicht schlecht. Ja, in Bewegung. Auf, dann gehe in Position. Befehle. Gehe in Deckung. Ja? Ja. Bin unterwegs. Bereit. Gehe in Deckung. Erwarte Befehle. Gehe in Position. Ja. Suche Deckung. Ich bin bereit. Wechsle die Position. Gibt es Befehle? Einsatz bereit. Suche Deckung. Erwarte Befehle. Nein. Das ist besser. Nein. Passt mal. Hier bin ich. Unmöglich. Gehe in Position. Unmöglich. So. Ihr bleibt hier. Ja. Ich weiß, war der Fried. Ja, ich gehe in Position. Du bist hier hin. Ich bin ganz sicher. Jawohl. Kann man ja kundschaften. Ich muss wissen, was sie machen. Sicher doch. Bestanden? Ich sehe es mir an. Feindkontakt. In Bewegung. Halten die sich jetzt schon ein Bad auf? Ich schaue mal was da ist. Feind gesichtet. Also das heißt. Die kommen nicht bei. Ja. Jawohl. Feindkontakt. Alles klar. Auf deinen Befehl. Ah, warte mal. Eine kluge Entscheidung. Hast du gesehen? Ja. Ich schaue mal was da ist. Feind gesichtet. Das heißt, die laufen hier die ganze Zeit mal rum. So. Das schaue ich nicht. Ja. Jawohl. Ich bin fit. Auf deinen Befehl. Gehe. Gehe in Deckung. Hier. Fang. In Bewegung. In Bewegung. Jawohl. Die. Verstanden. Sicher doch. Auf deinen Befehl. Der ist schon mal weg. So bereit wie ist in Bewegung Feind gesichtet Auf deinen Befehl Gehe in Position Kommt her Ein bisschen zu gestreut Aber wenn die jetzt auseinander sind Hier schon Kontakt Du bist jetzt Nein Sicher das Auf deinen Befehl Jawohl Kommt, kommt, kommt hierher Eine kluge Entscheidung Nein, ich glaube eher nicht Suche Deckung Das ist erledigt Ihr befehlshabender Offizier kommt mit seiner Leibwache zurück Vielleicht sind sie es leid, Zivilisten zu terrorisieren Wir müssen dem blutrünstigen Bastard und seinen brutalen Speichellecker ein Ende setzen Ja? Gehe in Position Lern uns den Hübel mal Wir müssen mehr sehen Das hast du sehr gut gemacht Maximilian Du bist Super Gehen wir mal weiter Verstanden Sicher doch Feind gesichtet Das sind sie inzwischen wieder Jawohl Komm mal runter Sicher doch Verstanden Eine kluge Entscheidung Gehe in Position Gehe in Deckung Keiner mehr da zum Töten Guter Spruch Neue Befehle In Bewegung Weiter geht's Könnte auch mit dem Auto losfahren Aber Jawohl Auf deinen Befehl Verstanden Eine kluge Entscheidung Jawohl Feindkontakt Schneller Schneller Shit Schneller 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 Come on Come on Feindkontakt Sicher doch Ja Was war's Ich hab jetzt Lust mehr zu warten Verstanden Das Ding ist in die Luft gegangen Ja Wenn man nicht mehr da runterkommt Der Superoffizier Naja Das reicht mit Granaten Und dann räumen wir hier die Bude ab Auf deinen Befehl Gehe in Deckung Ich hab mich anders entschieden Wo lauft ihr denn hin jetzt Das ist eure Patrouille Von oben kommt noch einer Okay Oh ja Okay Komm mal her Eins Werfe Granate Gehe in Bewegung Jawohl Wir sind ja fertig Suchen wir uns einen Weg nach draußen Und gehen zurück zum Zug Verstanden Geht's euch da unten gut Wo Geht's euch gut Jungs Okay So bereit wie es nur geht Jawohl Ja kommt der Welche Idioten waren das die da oben Hat er aufgehört jetzt Gut Dann machen wir eins Ja ich höre In Bewegung Bis auf dich Und dich Wir gehen sammeln Was ist denn das Sicher doch Hingelein genommen Lass das weg Jawohl Hier bin ich Schon unterwegs Was ist Warum geht das nicht Geht klar Ich bin bereit Verstanden Jawohl Geht das nur mit einer Person Auf dein Kommando Ich war auf keinen Fall Egal da hinten ist ja noch eins Schnappen wir Befehle Geht klar Sehen ob es da liegt Irgendwie Ersindbegiste jetzt Ohne Alles gut Mal schauen was da drin ist Verstanden Da hinten ist noch was Okay ich gehe Jawohl Sprenggranate Okay Hat sich die eine Richtig gut gelohnt Dann In Bewegung Das ist ein roter Fetz Erstmal rollen wir hier auf Dann Machen wir hier noch was Ach wenn die leuchtet dann Oder was Geht klar Wenn dem man da Die kleine ja Die da zu fallen Also eine Einmalstation Ist das Neue Befehle Jawohl Neue Befehle Was ist denn hier Ach da hätte ich auch Okay Gut Hey da ist Nochmal eine MG Das heißt wir hätten sie hier auch schon aufhalten können Da auch Wäre interessant gewesen Weiter Jawohl Ich kümmere mich darum Abräumen Aufräumen So Punktetechnisch Haben wir noch da oben was Auf deinem Befehl Komm Und da hinten war ich auch nicht Wobei ich war ja auf einem Hügel War ich doch In Bewegung Das sind Blödsinn Gibt es hier noch Leute Oder haben die schon Kritik korriert Die sind nicht mehr da Halt Jetzt ist was zu sehen Okay Erstmal Auf den Schleichmodus Auf deinen Befehl Zurück Habe ich jetzt nicht gedacht Du Mal Fritz Zeig mal was hier los ist Mal sehen was da ist Feindkontakt Hm Da ist noch einiges los Was gibt es denn hier Gewehrmunition Wenn wollen die jetzt rufen Eigentlich Nee Das mache ich trotzdem nicht Ähm Ja Können wir es wieder nochmal an Du Suche Deckung Dahin Mal gucken Ob ich die mit der Granate erledigt Ich habe erstmal positioniert Ich mache Ja Du machst bis jetzt Super Arbeit Mega So Gibt es Befehle Du bist dahin Ich habe mal hier Hier habe ich auch eine Position Geh mal kurz mal Und genatiert dahin Wer ist der Fahrer Du oder du Du Dann drückt Kann ich sowieso nicht Gehe in Deckung Gehe in Deckung Auf keinen Fall Hm Gehe in Deckung Auf dein Kommando Pixel die Position Ja Ich höre Sicher doch Ich warte Was kann ich tun Gehe in Stellung Bleibt doch hier nicht dran In Bewegung Auch hier Vielleicht Gehst Gehe in Deckung Alles gut Jetzt kommt die Überraschung Kannst du behalten Jawohl Bin unterwegs Was gibt es Auf keinen Fall Wissen Auf wen werden hier jetzt geschossen Die ganze Zeit Weißt du was Warte mal Jawohl Ich gehe Halt mal Was ist denn hier los Halt Mein Kollege Kriegt schon wieder Auf die Fresse hier Jetzt geht ihm Werfe Granate Gehe mal gerade Auf den Sack hier Da hab das Jetzt doch wohl Schaut's Jetzt Komisch Dein Befehl Gehe los Hoppala Schöter Verstanden Soweit Welt So Alle Mal Schnappi Auf den Kommando Jawohl Komm her Hoch Dass er sich Hört auf der Stelle Da stehen Aber das Ist das Klitzend Geht klar Oh je Okay Nehmt den Hügel ein Ein bisschen Fehl Begibt sich zur Ausgangsposition Was den Hügel betrifft Das ist super Verstanden Einer hatte ich ja schon Macht das auch noch platt Jawohl Und das noch mit Sehr schön Gibt's da noch was Ja da Ja da Tun wir uns mal die ganze Meprand Achso ja Das sollen wir ja auch Noch erobern Na da sehen wir Vielleicht ein bisschen was Was ist denn da eigentlich Noch grün Ein bisschen was abgekriegt Gerade eben Nur auch Was Oh Mann Heilstation Hat das bald Da muss man dann Hätten die Station rein Suche Deckung Geht klar Okay Was gibt's denn da noch Verstanden Bestimmt über die Felder Auch noch ein blauer Punkt Ansonsten haben wir ja alles erledigt In Bewegung Jawohl Suche Deckung Was haben wir hier dann Komm doch mal rein Ich sehe mich dort rum Ist das nicht der Lager wohl schon Nee ist es nicht Sonst wäre es ja hell oder Nee hell wird es nur Ich bin ganz ohr Verstanden Dann gehen wir mal da rum Ich glaub doch Dass das das war In Bewegung Ich bin unterwegs Ja da war ich nämlich schon Alles platt gemacht Und ich verstehe Weil ich nur stehen bleiben müssen Und statt bei der Reisen Also Leute Warten Gehen wir mal in die Felder rein Und gucken was es da noch gibt Kommt rein Jungs So das macht dann Nicht Schade sonst wären wir schon Fertig gewesen Das scheinen alle zu sein Gehen wir mal gehen Dann geh In Bewegung Jawohl Aha Da gibt es noch was zum Sammeln bin unterwegs die in stellung in ordnung so eine reparaturstation ist super würde ich ihn rein schicken die in stellung ich sehe es mir an sie ist ja getan darf ich behalten was ich finde haben wir erledigt da ist nämlich der rand von da unten sind wir gekommen dass ich jetzt auch keine weißen punkte mehr im feld suche deckung immer noch mal suche deckung wenn unterwegs jawohl okay wir haben keinen mann verloren das war nur das letzte haben die so einen blöden winkel für nach unten gehabt sind alle drin ich bin bereit jawohl gucken ob da sich noch was bewegt nix okay verlassen möchtest du yep möchte ich so wir hätten wie viel medaillen immer drei oder maximilian du kriegst wirklich die fette medaille muss sein das sind alle befördert aber die medaille kriegt die magda und in dem fall josef hat auch super arbeit geleistet 22 sterne 3 die klär die war saustark ich war es so nett aber die klär kriegt was von mir jetzt das hat sie sich verdient hat hinten super verteidigt es ist okay es ist okay weiter vorher schaffte ja die präsentation komplett auszumessen hä habe ich doch platt gemacht okay irgendwas hat da wohl gefehlt ich bin der meinung da hat niemand mehr erlebt hat sich echt einer überlegt den Drecksack so ein Drecksack so was haben wir denn erwirtschaftet erhalten eine ressource 100 metall 60 gewehr munition 200 300 maschinengewehr munition freut mich sicher jetzt mal wenig verwendet handfeuer war für 20 wow 10 euro dann haben wir zwei sunny und mir fette erste hilfe verbraucht habe ich auch 256 granaten niedergewalzt und 40 schuss das ist auch nicht schlecht so zu viel um sie zu zählen als dein Trupp zurückkommt nähert sich ein menschenmenge eurem zug eine frau drängelt sich nach vorne sie will etwas sagen Zivilistin es heißt ihr habt den Ausbildungslager der Roten zerstört viele unserer Männer die sich dort verpflichtet haben sind aufgrund der schrecklichen Bedingungen gestorben jetzt wurde die Rekretierung an einem anderen Ort verlegt jedenfalls sind ein paar unserer leichtgläubigen Männer nun zurück dafür wollen wir euch danken aber wir haben doch wir haben dort viele Soldaten getötet vielleicht waren auch einige eurer Leute dabei die Schuld steht deinen Soldaten ins Gesicht geschrieben die Gesichtsausdrücke der Frau lässt sich nur als Verachtung beschreiben sie waren Narren auf das Versprechen der Roten hereinzufallen ob durch euch oder jemand anderen sie werden so oder so in irgendeiner sinnlosen Schlacht gestorben die stroffen Wörter der Frau verblüfft euch während sie spricht treten die Leute hinter ihr vor und legen Säcke mit Nahrung und Kohle vor euch ab Dankeschön jetzt wer ihr es hier wählt was ihr haben wollt wir können nicht alles entbehren mit Treibstoß könnte aber nichts anfangen oder? das kann ich auch mit Nahrung meine Leute verhungern kommt so eine Däule die sind ja soll ich Essen mitnehmen? Bruder soll ich nichts mitnehmen 49 das ist wirklich so krass Narren zu finden treibstoffe ist so gerne gut was haben wir ok fortfahren so also wir haben eine Schlacht wir haben einen entkommen lassen irgendwann wer sich versteckt hat keine Ahnung jetzt müssen wir erstmal zurück zum Schiff äh zu Hause und das wäre der Zug lassen wir sie mal ankommen und wenn sie da sind also ich würde heute nicht mehr viel machen machen wir Pause die sind jetzt schon da so dann tun wir mal speichern also von den Leuten holt keiner mit Pensa hier haben wir dann was aufzuräumen aber das machen wir mal ein anderes mal das einzige was ich jetzt noch mache ist kannst du mal meine Soldaten durchgehen ich gucke jetzt anders das mal irgendwo habe ich einen Mitarbeiter weggezogen alles klar hier was habe ich ist Rodrigo oder Peter zeig mal Peter ja Peter du gehst ich hoffe ich glaube der ist nämlich der zweite Einbrecher und Lobführer Peter du dich könnte ich als Gewehrschütze mitnehmen was bist du denn Peter dich nicht mehr scharfe da hatte ich schneller dann holt mal den Peter alt falscher Knopf zack oh bisschen doppel abbrecher oh bisschen notätisch eigentlich nirgends ja schlicht verweisen nee oder zack ja was sind die toxin stirr was ist mit dir problem kann ein paar bin platz da außen weg rosti war wo ist der oder zeig man dich okay du kannst arbeiten dann batsch ich und das steige ich dann entscheiden wir uns für rostis lap bitte ja dann müsste ich die schicht wieder besetzen außerdem ist der noch höher hier ne passt gut dann wäre das auch erledigt sagen jetzt sollte eigentlich stufenaufstieg stufenaufstieg drian demaretschek mark oder ist das normalerweise maapit kannst du das hier machen ja ich will mal sehen muss ich das hier mal wieder machen auch gut da ist er drian demaretschek mg yes mg i m oh ja hat er kontrollierte sauber das müsste ich mich geschicklichkeit Das macht er ja nicht, das wollen wir nicht. Geschicklichkeit. Ok, er hat das gemacht, die Pfeff. Da kann man schon ausruhen. Da ist noch jemand. Wenn er aufsteht, passt schon. 90 Schritte für dich. Gibt mir einen Schlitzer. So, wo zieht das noch? Das war's. Was die Motor, die brauchen wir ein bisschen. Oh ja, das ist echt. Wie viele haben wir denn? 5 Sets. Da hast du noch eine abgedrückt rausgekommen. 60 Meter. 60 Meter. 60 Meter. 60 Meter. Das sieht zwar nicht so schlimm aus, wenn du so guckst. Auf dem Schlagfeld sah das ein bisschen schlimmer aus. Das sieht aus. Passt. So. Dann nochmal speichern. So, ihr lieben Leute von heute. Das war's für heute. Das nächste geht um Sonntag los. Das nächste Kapitel ist am Sonntag. Da werden wir kurzweilig hier, wo wir uns aufhalten. Kohle technisch. Wenn wir vielleicht die Waldgebiete hier. Wald und Waldgebiet konzentriert. Der See ist schon erledigt. Ich könnte noch über die Brücke hier rüber. Oder über den See. Danach kommt die irgendwann hier. Ja, dann werden wir wohl ihnen auch Schanz ankommen. Ja. Momentan haben wir einen Weg. 342. Wenn wir einen Lock-Ein-Penser ankommen. Und da ist das Kampfgebiet angesagt. Hier ist... Ah. Da können wir dann handeln. Und das Haus kann ich vielleicht auch eine Sicherheit holen. Mal gucken. Dann Uschnack. Oh. Da werden wir ein bisschen was ergattern. Mit den Einbrechern. Was ist das? Truppe auswählen. Händler. Das ist wohl ein Waffehändler. Nur eine Waffeabzeuge drauf. Ah. Mit 900 weiß ich jetzt noch nicht so. Aber. Okay. Mein Futter lässt so hin schon übrig. Da habe ich mega viel Treibstoff. Vielleicht machen wir Kräuter auch ganz wenig. Und da muss ich gucken, was ich damit machen kann. Vielleicht wenn ich die Waggons ausbaue. Kann man damit was herstellen. Und was das betrifft. Jetzt könnten wir sie auch holen. Alles mit. So. Das nehmen wir noch. Die andere nicht. Aber wir können ja eine Warentruppe auflösen. Dann können die sich nämlich ausruhen. so. Lock hat einschauen. 2, 2, 0, 14. So. Das war es für heute Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal.